Hallo und herzlich Willkommen zu Falten mit Yvonne und Max. Wir zeigen euch, wie ihr Geld kreativ verschenkt könnt. Heute falten wir einen Vogel. Ihr benötigt dafür einen Geldschein. Los geht's! Falte die untere linke Ecke zur gegenüberliegenden Seite. Falte dieses Dreieck auf der anderen Seite. Falte dieses Dreieck auf der anderen Seite. Öffne beide Faltungen wieder. An dieser Faltkante wird der rechte Teil des Scheines nach links gelegt. Falte diese beiden Kanten wieder. Sobald die beiden Teile deines Scheines liegen nicht mehr so übereinander. Drehe deinen Schein um. Falte diese Ecke zur anderen Seite. Falte diese Ecke auf die andere Seite. Falte diese Ecke zur anderen Seite. Wiederhole dies auch, dass es schöne Ecken gibt und die Spitzen gut aufeinander liegen. Die nächsten Schritte sind jetzt nur dafür da, Faltkanten zu ziehen, um das später gut zusammenliegen. Lege die Faltkanten so fest wie möglich und lege die Faltkanten so fest wie möglich, umso leichter wird die Faltkanten beim zusammenliegen des Scheines. Wiederhole dies auch. Falte die andere Ecke zur gegenüberliegenden Seite. Öffne die Faltkanten wieder. Falte die beiden Faltkanten zur anderen Seite. Falte die beiden Faltkanten zur anderen Seite. Falte die beiden Faltkanten zur anderen Seite. Wiederhole dies auch. Öffne die beiden Faltkanten zur anderen Seite. Öffne die beiden Faltkanten zur anderen Seite. Falte die beiden Faltkanten wieder. Öffne die beiden Faltkanten zur anderen Seite. Drehe die beiden Faltkanten zur anderen Seite. Lege diese Ecke so rüber. 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 Lege diese Ecke nach oben. Lege diese Ecke so rüber. Falte die Spitze nach unten. Falte die Spitze nach oben und unten. Das sieht so aus. Die nächsten Schritte sehen etwas kompliziert aus. Wir schaffen alle zusammen. Lege den Schein um diese Ecke. Lege den Schein um diese Kante. Lege den Schein auf diese Kante. Öffne den Schein und lege den Schein auf die andere Seite. Lege den Schein so weit hoch. Lege den Schein um diese Kante. Lege den Schein so gleich. Lege den Schein so wieder. Lege den Schein auf diese Kante. legen wir hier drauf und diese geschlossene Kante hier ich halte mal unten hier diese Ecke fest dass man die nicht abhaut und dann kann ich die Ecke eigentlich bis oben hinlegen also einfach mal müsste ja so eine mittel knick haben von dem dreieck vorhin und am besten man geht von dieser mittel linie aus auf die andere seite nicht von der nicht von der ecke aus das ist immer schwierig das von der ecke auszumachen das geht eigentlich bis hier oben zur spitze kann ich das hin dann nimmt man dieses dreieck von der seite und faltet jetzt diese kante auf diese kante und dann legt sich diese ecke einfach hin und die kann man noch nachfalten so dann kommt es schon so ein bisschen hoch hier und das sind jetzt zwei lagen bei mir die muss ich beide nehmen und die hängen zusammen die hängen ziemlich gut zusammen ja und die muss ich jetzt ich von da nach da genau und das obere dreieck lege sie jetzt auch bei dir schon so ein bisschen nieder so weit so gut jetzt wird das ganze einmal umgedreht wir haben also hier mit einem dreieck und oben eine spitze wir haben hier an der linken seite noch eine übrige lage und die wird nach rechts gelegt und jetzt das selbe was wir gerade schon mal gemacht haben diese kante falten wir zu dieser kante das geht ein stück und dann ist quasi schluss so 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 ich das mal die untere kante das blieb besteht jetzt auch wieder aus zwei lagen bei mir die nehme ich beide und du hast vorhin gemeint ich soll mich hier an der mittellinie orientieren oder die hier packen und dann auf die kante legen genau einmal rüber ziehen und dann einfach nach unten ziehen dann wird es eine schöne spitze und jetzt wieder die andere kante auf diese kante dann legt sich wieder der obere kante hin also diese untere kante hier an diese kante dran legen wieder von der mitte aus wie du gesagt hast oder da kannst du nicht ganz von der mitte aus gehen weil du gar nicht so viel spielraum hast eher in der mitte von deines drei deines drei so was da anfangen mit dem rüberlegen und hier jetzt einfach so ein paar weiter gehen hier weiter gehen und hier weiter gehen dann legt sie sin kannst du hier oben noch rein fahren hier so lang fahren hier ein fern einfach so ein bisschen und nach unten das sieht jetzt so ein kleiner ding so aus das ist normal oder das ist einfach zum körper des vogels genau so schaut das ganze jetzt aus hier sind die flügelchen hier sind die flügelchen hier sind die flügelchen gut aufpassen dass ich so hinlege wie du aufpassen dass ich so hinlege wie du für das weitere vorgehen ist jetzt wichtig dass das der kopf wird und dass wir den schein immer also der ist hier unten kann man den öffnen schau mal bei dir und damit arbeiten wir also nicht mit dem oberen teil sondern hier mit dem unteren dann ja und immer mit diesem kopfteil wir haben hier eine alte faltekante die haben wir einfach im vorhergehenden schritten gefaltet und jetzt wird diese teile deines scheines an dieser faltekante nach oben gefaltet und jetzt wird diese teil deines scheines an dieser faltekante nach oben hier ist die feilkante da halte ich fest oder und dann lege ich die seite da dran und dann wird das wieder zurückgefaltet und dann wird das wieder zurückgefaltet bei einem umdrehen bei einem umdrehen bitte darauf achten dass wir das wirklich nur genau so umdrehen diese spitze soll bitte unten bleiben so umdrehen weil es geht jetzt nur darum diese faltekante von gerade eben von der anderen seite zu verstärken wir haben also immer noch hier diese ursprüngliche gerade faltekante von vor zehn schritten oder so und falten jetzt diese kante wieder nach oben genau dasselbe was wir gerade eben schon mal auf der anderen seite gemacht haben wir verstärken wie gesagt nur diese faltekante das dann auch wieder an dieser ursprünglichen faltekante entlang das dann auch wieder an dieser ursprünglichen faltekante entlang öffnen und wieder umdrehen und darauf achten dass man es wirklich nur umdreht und diese spitze unten bleibt jetzt kann man das gebilde zu sich drehen und kann das hier öffnen in diese öffnung fahr mal mit dem daumen und tun den vorderen teil hier also hier mit dem daumen rein fangen in den vorderen teil wichtig ist eben dass dieses stück weiter hier nach unten zeigt genau so riech noch ein bisschen mehr so und jetzt haben wir hier so eine schräge faltekante und die auf der anderen seite also das was wir gerade gefaltet haben jetzt nimmt man diese spitze und faltet sie nach außen um das geht nur wenn man hier weit öffnet dann kann man die nach außen umfalten und das ganze dann so zusammensetzen also hier öffnen so man sieht ist diese gerade verstärkte schräge faltekante damit ein finger hin und dann nach oben klappen dass man diese zwei schrägen faltekanten umfaltet so sieht es von unten so vielleicht von unten noch ein bisschen schöner machen dass du wirklich an diesen kanten schön bist wenn du es noch mal umdrehst also wenn du es noch mal umdrehst dass du diese kanten hast du wirklich in diese kanten kommst und dann noch schauen genau um krempeln um krempeln um krempeln um krempeln und dann wieder in der mitte zusammenklappen also hier in der mitte wieder zusammenklappen dass du eine schöne spitze hast und das wieder schön hoch geht das ganze sache wieder zusammenklappen wieder hin an diese spitze die wir gerade umgeklappt haben und die ganze jetzt einfach für den tatsächlichen kopf jetzt einmal nach drüben falten das ist ein bisschen eigenes messen wie groß ich mein kopf haben will und so viel falte ich es dann um das hier wird der kopf und den hast du jetzt einfach so umgefallen er darf ruhig ein bisschen größer sein genau perfekt das ganze jetzt wieder zurück falten dann geht man hier auch wieder hier hat man ja auch eine öffnung und tut genau wie gerade eben den kopf einfach umfalten nochmal zurück wir haben hier unsere kante wir hatten das hier rumgelegt wir öffnen das wieder gehen hier in diese öffnung und tun diese spitze umlegen dann wieder zusammenlegen und dann ist der kopf fertig und damit auch der gesamte vogel ach das schon eine letzte schritt so diese öffne ich wieder jetzt muss ich wieder hier also von oben erst öffnen also von oben hier öffnen und hier wo diese faltung da war da kann ich jetzt das wieder um krempeln so um krempeln so rein drücken und dann von oben zusammen und dann von oben so das nachkorrigieren so schau da aus oben dein flügel nochmal grad machen den hast du ein bisschen umgebogen ja im eifer das gefecht genau und dann ist der vogel fertig sehr schön und das beweist dass man damit jetzt auch wirklich noch bezahlen kann als beschenkter werde ich mein vogel jetzt einfach mal wieder zerlegen wenn ihr unseren kanal unterstützen möchtet dann tätig doch einfach euren nächsten amazon einkauf über den partner link in unserer video beschreibung ihr bezahlt dann den gleichen günstigen preis wie immer und wir bekommen eine kleine provision vielen dank schon mal falls euch irgendwelche motiv wünsche auf dem herzen liegen einfach unten in die kommentare schreiben dann schauen wir ob man das tatsächlich umsetzen kann vielen dank fürs zuschauen ich würde mich über einen daumen hoch freuen und wenn du meinen kanal abonnierst denke mal daran geld ist das einzige geschenk dass man problemlos umtauschen kann bis zum nächsten mal